Heimat. So nennen 650.000 Menschen das Bergische Städte-Dreieck Wuppertal, Solingen und Rendscheid. Eine Region mit moderner und exportstarker Industrie. Kleinunternehmen, Mittelstand und große Konzerne finden hier gleichermaßen ihre Heimat. Mehr als 9.000 junge Menschen erlernen hier über 300 verschiedene Berufe, davon alleine über 1.200 im Einzelhandel und mehr als 2.700 in Dienstleistungsberufen. Unser Einkauf vor Ort sorgt für Ausbildungs- und Arbeitsplätze, weniger Verkehr und damit weniger Lärm und Abgase. Engagement von lokalen Unternehmen für Vereine und Initiativen. So schaffen wir lebendige und vielfältige Innenstädte. Sag uns, warum du Heimatschopper oder Heimatschopperin bist. Und mach mit beim gemeinsamen Heimatschoppen und gemeinsam Tanzen am 14. September in Wuppertal am Döppersberg. Heimat. Heimat.